Midrash ist die Auslegung religiöser Texte im rabbinischen Judentum. Wortbedeutung Im Wort Midrash liegt das hebräische Verb Darash zugrunde, das allgemein Suchen bedeutet, aber auch die Bedeutung Gott suchen oder die Antwort Gottes in der Heiligen Schrift suchen hat. Mit Midrash ist der Vorgang des exegetischen, auf die gegenwart bezogenen Auslegens von Schriftstellen gemeint, also zunächst Forschung, Studium, dann Auslegung und Lehre. Unter Midrash versteht man sowohl den Vorgang des Studierens als auch dessen Ergebnis, also Schriftwerke, die Bibelauslegungen enthalten. Midrash beziehen sich unter anderem auf autoritative religiöse Texte des Tanach und finden sich in der Bibel, dem Talmud und in einigen Texten der Midrash-Literatur. Er kann in schriftlicher oder mündlicher Form vorliegen. Der Daschan ist der Schriftausleger, der Prediger oder, davon abgeleitet, der Ermahner. Die Drascha ist, wie Midrash selbst, eine Auslegung der Schrift oder Predigt. Die begriffliche Abgrenzung zum Peshat D.H. zur einfachen, wörtlichen Bedeutung eines Ausdrucks ist nicht immer einfach. Auch ein Tagem D.H. eine Bibelübersetzung kann Stellen enthalten, die interpretativ im Sinne eines Midrash übertragen sind. Die erste Erwähnung von Bad Midrash, Lehrhaus, findet sich in Sir 51,23 EU. Geschichte der Midrash ist sicher zunächst eine mündliche Form der Schriftauslegung. Die ersten schriftlichen Beispiele finden sich jedoch bereits in der Bibel selbst. So können etwa die Bücher der Chronik als Midrash zu den Büchern Samuel und Könige verstanden werden. Auch in der jüdischen Gemeinschaft von Kumran gab es Midrash. Die größte Bedeutung erlangte der Midrash jedoch in der Zeit des rabbinischen Judentums ab dem Jahr 70 n. Chr. Aus dieser Zeit stammt die wesentlichen schriftlichen Belege. Dabei handelt es sich um eigenständige Textsammlungen, die neben den Werken der Minna und des Talmud entstanden. Der Entstehung Sot der Midrash ist ganz überwiegend das Land Israel. Das babylonische Judentum hat nur wenig zu dieser Gattung beigetragen. Formen Es werden vor allem zwei Formen des Midrash unterschieden. Eine klare Abgrenzung ist jedoch oft schwierig, sodass Mischformen anzutreffen sind. Halachische Midrashim Die Halacha ist die Auslegung gesetzlicher Vorschriften im Judentum. Dementsprechend behandeln Halachische Midrashim ausschließlich Texte der Tora, insbesondere die biblischen Bücher Exodus bis Deuteronomium. Wegen ihrer Entstehung in der Tanaitischen Zeit werden die Halachischen Midrashim auch Tanaitische Midrashim genannt. Folgende Werke mit einem textlichen Grundbestand aus Tanaitischer Zeit zählen zu den Halachischen Midrashim. Mekilta der Rabbi Jemel Sifra Auslegungen zum Buch Leviticus entstanden vermutlich nach 180 Sifra L.E.V. War im altjüdischen Schulsystem das erste Buch, mit dem der Unterricht begann. Auch Torat Kohanim oder auch Sifra Deverab Buch aus der Schule Raps genannt. Halachischer, Tanaitischer Midrashim zu Leviticus Vajikra. Der ganz Leviticus Vers für Vers oft sogar Wort für Wort kommentiert. Die Entstehungszeit für Sifra wird unterschiedlich diskutiert. Der Grundbestand des Textes ist jedenfalls aus Tanaitischer Zeit. Sifra, Sifra Numeri, Sifra Deuteronomium, Sifra bzw. Sifra D.W.R.A.W., Halachischer Midrash zu Numeri und Deuteronomium, wohl aus der Schule Jemels bzw. aus den Schulen Jemels und Akibas. Sifra ursprünglich die Bezeichnung aller Tanaitischen Pentateuch-Kommentare. Seit dem Mittelalter Name der Kommentare zu Nam und D.T.N. kein einheitliches Werk, sondern unterschiedliche Sammlungen in deutlich schlechterem Überlieferungszustand als Michilta oder Sifra. Entstehungszeit nach 250 Sifra nicht zu verwechseln mit Sifra Zotar, Halachischer Midrash zu Bamidba, Numeri, nur fragmentarisch überliefert. EVTL, der älteste Halachische Midrash, zurückgehend auf den erweiterten Kreis der Schule Rabbi Akebas. Agadische Midrash, Agadische Midrash, nicht gesetzliche Auslegungen nennt das rabbinische Judentum Agada. Agadische Midrash beschäftigen sich folglich mit den erzählerischen Teilen der Bibel und werden auch als homiletisch bezeichnet. Die wichtigsten Werke dieser Gattung sind Beret-Rabba, Genesis-Rabba, Genrebe. Auslegungsmidrash zum Buch Genesis enthält viele spätere Zusätze. Entstanden im 5. Jahrhundert, nicht zu verwechseln mit der mittelalterlichen Midrash-Kompilation Beret-Rabba-Ti, die vermutlich aus dem 11. Jahrhundert stammt. Vat-Achikra-Rabba, Levitekus-Rabba, Lev-Rabba. In Land Israel mehr entstand Ena-Homilien-Midrash zum Buch Levitekus, enthält eine große Sammlung von Sprichwörtern. Der älteste homiletische Midrash, aus 37 Predigten bestehend, die dem in Israels Synagogen üblichen dreijährigen Lesezyklus folgen, entstanden im 5. Jahrhundert. Erstdruck Konstantinopel 1512. Echa-Rabba-Ti, Klagelieder-Rabba, Kl-Rabba-Echa-Rabba-Ti. Kommentar zum Buch Klagelieder entstanden im 5. Jahrhundert. Entredaktion im 7. Jahrhundert enthält gleich der biblischen Schrift 5 Kapitel und sammelt zahlreiche Traditionen und Legenden über die beiden jüdischen Aufstände gegen Rom, auch Darstellung des Martyriums der sieben makkabäischen Brüder. Punkt. Die Pesigda-Dra-V-Kahana, Pesigda-Dra-W-Kahana, PRK, israelische Predigt-Sammlung zu verschiedenen Schriftlesungen, hierzu verschiedenen Festtagen und ausgezeichneten Sabbaten, benannt nach Rabi-Kahana, der im 3. oder 4. Jahrhundert lebte. Die älteste Sammlung ihrer Art entstanden nach 300. Am ersten um die Mitte des 5. Jahrhunderts PRK eng verwandt mit Lev-Rabba, Pesigda-Rabba-Ti, PESR, vermischtes israelische Homilien-Sammlung zu verschiedenen Schriftlesungen, die große, genannt. Weil sie eine größere Zahl von Homilien als die Pesigda-Dra-V-Kahana enthält, viele Teile des Textbestands wesentlich älter. Kein einheitliches Werk entstanden nach 500. Tashuma Tashuma bzw. Yele-Medenu In Land Israel nach dem 8. Jahrhundert entstand Jena, nicht zum Midrash-Rabba-Gruppe gezielter populärer Homilien-Midrash und Gruppe solcher Midrash im zum ganzen Pentateuch. Die Bezeichnung Tashuma stammt vom Amorea Tashuma Ba-Aba, weil mehrere Homilien beginnen. So hat Rabi Tashuma Ba-Aba eingeleitet. Yele-Medenu Heißt der Midrash nach der halachischen Einleitungsformel Yele-Medenu Rabenu. Es lehre uns unser Meister. Es existieren divergierende Textüberlieferungen, in deren Tradition auch DT in Rabba gehört ebenso wie Teile von Ex-Rabba, Num-Rabba und Teile aus der PESR. Ausgaben E. E. Hallewi, Midrash-Rabba, 8 Bände, Telefon Aviv 1956-1963, Mose-Ari-Mirkin, Midrash-Rabba, 11 Bände, Jaffna, Telefon Aviv 1956-1967, Übersetzung Harry Friedman, Mauritian Simon, Midrash-Rabba, translated into English. 10 Bände, Son Chino, London 1939 11 Bände, Son Chino, London street 11 Bände, Son Chino, London 1937, U.A.